Leute, jetzt ist in KTA Schnee. Ja, ihr habt es auch schon richtig gehört. Und ja, ich film gerade mit einer Hand noch. Hier, so sieht es aus. Richtig nice hier Schnee. Auch am Auto jetzt in KTA. Ich bin aber gerade in der Online drin. Und ja, Leute. Digga, was ist das denn Geiles? Boah. Geil, ich habe diese Granaten. Ihr guckt, ich habe einfach diese Feuergranaten. Und so. Oh, der ja nice. Ja, ich wollte euch nur sagen, dass jetzt in KTA hier überschneet ist. Und tschau, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr so welche Videos. Tschau. Und ein Herz für euch. Bam. Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal. Tschau mal.